Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play, zu Pokémon Y Challenge mit nur einem Pidiza. Ja, heute starten wir mit einem weiteren Part. Im letzten Part haben wir die Arenenleiterin Viola besiegt und somit sind wir ein Stück weiter gekommen und haben den Krabbelorden erhalten. Ja, jetzt geht es natürlich weiter mit den Abenteuern. Wir verlassen natürlich die Arena und folgendes, wir verlassen auch Novaria City. Hey, Duda! Du bist eines der Kinder, die vom Professor Platan ausgewählt wurden, oder? Und die ein Pokémon geschenkt bekommen haben. Ja, so ist es. Wow, das ist ja der Krabbelorden. Gegen Viola zu gewinnen ist kein Kinderspiel. Oh, aber wo sind meine Manieren? Ich habe mich dir ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Alba und ich bin die große Schwester von Viola. Die Arenenleiterin vom Beruf bin ich Journalistin. Justin, hier, das ist ein kleiner, das ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir als Zeichen unserer Freundschaft. Oh, Ebtailer, nice! Wenn du den Ebtailer anschaltest, erhält nach einem gewonnenen Kampf jedes Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit beim Illumina Verlag besuchen kommen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, Leute, wir haben den Ebtailer erhalten. Mit dem Ebtailer steigen die KP anderer Pokémon, die man nicht im Team zusätzlich in den Kampf schickt. Ja, was wir eigentlich gar nicht benutzen dürfen, denn wir haben ja nur die Challenge mit Pediza. Ja, aber ich lasse es trotzdem eingeschaltet, weil es ist ja auch egal. Wir kämpfen sowieso nur mit Pediza. Wir dürfen natürlich einmal ausswitchen während des Kampfes, aber kämpfen müssen wir als jeden Fall immer nur mit einem Pediza. Mit unserem Maxi-King Pediza. Und wir haben einen Supertrank gefunden. Ja, das rockt, Leute. Ja, sag mal, was ist denn heute mit der Steuerung los? Hallo, Spielegalaxi. Findet ihr das Item Superball? Jo, wir haben einen Superball gefunden. Alter, die Steuerung ist heute wirklich verrückt. Oder ist das wahrscheinlich so schnell wegen den Rollerskates? Ja, wir können die natürlich rausschalten und laufen, aber ich denke Rollerskates sind ziemlich nice. Und ja. Ja, welches Pokémon haben wir heute? Ein Flabebe. Wir haben ein Flabebe zu bekämpfen mit Maxi-King. Ja, machen wir auf jeden Fall wieder Tackle. Let's go. Holy Crap, was für eine Stärke, Alter. Mit einem Schlag haben wir Flabebe platt gemacht. Ja, wir haben es so richtig platt gemacht, würde ich mal sagen. Ja, Alter, was... Okay, ich verstehe schon, wenn wir das Steuerkreuz benutzen, dann geht sie automatisch. Und wenn wir mit dem Control-Stick hier herum machen, ja, dann bewegt sie sich mit den Rollerskates sauschnell und wieder zurück. Ja. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was da mit der Steuerung heute los ist. Also ein bisschen seltsam finde ich das jetzt schon, weil ich ja gar nicht zurücklaufen wollte. Mein Krebskorb und ich zeigen dir jetzt, was eine Harke ist. So, you wanna fight me? I'm impressed. Let's go. Ja, Krebskorb ist ein Wasser-Pokémon. Auch ziemlich cool eigentlich. Ja, wir kämpfen aber diesmal natürlich nur mit einem Bidiza. Ja, wir müssen das natürlich wieder so hinstellen, dass man das genau sehen kann. Das ist natürlich viel schwieriger als bei normalen DS, weil das ist ja der 3DS XL. Und mit dem ist es ein wenig schwieriger, alles aufzunehmen. Aber ich spiele ja Pokémon Y eigentlich nur mit diesem Gerät hier, weil ich es einfach größer mag bei Pokémon Y. Größeren Bildschirm finde ich einfach nicer. Ja. Oh, Igramaro. Ja, Igramaro dürfen wir natürlich nicht im Kampf benutzen. Aber wir dürfen nur einmal ausswitchen. Natürlich dürfen wir einen VM-Sklaven haben, wenn mein Bidiza, also mein Maxi-King, die VM-Attacken nicht erlernen kann. Wie zum Beispiel, sagen wir mal Surfer, Kaskade oder Taucher. Ja, fliegen kann es garantiert nicht erlernen. Da werden wir uns ein Flug-Pokémon dafür fangen müssen. Ich weiß nicht, ob Bidiza-Surfer kann, aber ich glaube schon. Stop and go! Von wegen! Mit meinem Rollerskate fahre ich noch einen Start-Siege ein! Okay. Well, show we gain, sage ich mal. Eine Herausforderung von Rollerskater-Queen. Ein Mann, der sich Queen nennt. Okay. Naja, Queen schreibt man eigentlich mit Doppel-E. Und hier ist es eben mit einem I und zwei N. Let's go, Wolza! Oh, Taubsee. Ja, Taubsee ist C. Nochmal Wolza. Let's go! Ja, wir haben Taubsee Level 10 besiegt. Ja, auf jeden Fall nice, Alter. Ja, der XL ist ziemlich leicht zu verschieben. Und auch ihr ein bisschen schwieriger zu halten, wie der Normale. Dein Team ist einsam und spitze. Euch würde ich gerne mal bei Keten zusehen. Ja, kannst du ja. Wir skaten ja. Was bei... Oh, Maxi King versucht es wieder. Nein, Maxi King, es gibt keine Entwicklung. Stopp! Du bleibst die One and Only, Petitza. You stay my One and Only, Petitza. Wäre es nicht toll, wenn man gleichzeitig Skaten und Pokémon-Kämpfe austragen könnte? Ja, eigentlich schon. Wäre es auch nice. Dartiri, das Normal-Flug-Pokémon. Dartiri ist so nice, ich will immer noch... Also, ich bin immer noch im Glauben, dass ich jemals ein Shiny Dartiri fange. Damit ich Shiny Dark Teenies bekomme. Boah, Wolza abgewehrt. Und schon wieder, das nächste Pokémon, das Volt saugt wird. Holy shit. Na, was sagst du zu Tackle? Oh, Ruckzupieb. Keine schlechte Tastik. Kurz vor dem Ausrupp, Ruckzupieb einzusetzen. Ja, ich denke, wir setzen jetzt da mal einen Trank ein bei Petitza. Ja, ich denke, wir machen das jetzt sofort. Beutel. Was haben wir denn da? Haben wir keinen? Ja, natürlich haben wir noch einen Trank. Ja, das war's jetzt mal. Okidoki. Weiter geht's. Ah, hier geht es auch wieder um Kämpfen. Ich mag die Pokémon nicht nur. Oh nein, ich liebe sie regelrecht. Oh ja. Ja, natürlich eine schöne Lady wieder, die ein Burmi hat. Burmi. Burmi ist, glaube ich, ein Pflanzen-Pokémon. Könnte aber auch eventuell ein Käfer-Pokémon sein. Ich glaube halt, dass es Pflanze war. Ja, setz mir Wolze ein. Okay. Nee, dann ist Burmi ein Käfer-Pokémon. Es kann aber auch Käfer-Pflanze sein. Ich kenne Burmi nicht so genau. Also nicht zu 100%. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Käfer- und Pflanzen-Pokémon ist. Aber wahrscheinlich ist es nur ein Käfer-Pokémon. Weil wenn es ein Käfer-Pflanzen-Pokémon wäre, dann müsste Wolze neutral sein. Also ist es wahrscheinlich nur ein Käfer-Pokémon. Obwohl ich ehrlich sagen muss, Burmi sieht schon nach einem Pflanzen-Pokémon auch ein bisschen aus. Aber es ist wahrscheinlich nur ein Käfer-Pokémon. Ja, wie gesagt, Leute, ich weiß nicht besonders viel über Burmi. Ich habe mich mit diesem Pokémon nie wirklich beschäftigt. Das Einzige, was ich halt weiß, dass es eine weibliche Form gibt und eine männliche Form. Ja, die männliche Form wird zu Mot-Tertbull, glaube ich. Und die weibliche Form zu Burmadane oder was weiß ich. Ja, was verbindet dich und ein Ding? Freundschaft, Liebe, ihr seid ein tolles Gespann. Das kann ich dir sagen. Es ist Power, Love und Friendship. Ja, auf jeden Fall. Kraft, Liebe und Freundschaft. Das Pokémon habe ich gerade erst im Tausch bekommen. Dann gleich mal ein Kämpchen wagen. Oh, ein süßer Junge. Hatte gerade ein Pokémon im Tausch bekommen. Ja, was hast du denn bekommen? Was ist das denn für ein Pokémon? Ein Carpador. Ein Carpador. Okay. Ein Carpador im Tausch zu bekommen. Leute, wisst ihr, wie oft ich pro Tag ein Carpador bekomme? Wenn ich zum Beispiel beim Mond einen Wundertausch mache. oder bei X, ich bekomme, glaube ich, jeden Tag mindestens mehr als 20 Carpador geschickt. Oder auch 30 Carpador. Oder auch 30 Carpador. Bei letztem Mal waren es, glaube ich, über 100, wo ich eine ganze Nacht Wundertausch gemacht habe. Ja, ich mache das halt gerne, weil ich oft Glück habe und da ein Legi bekomme oder ein Shiny Pokémon bekomme. Ja, das ist halt gerade sehr, sehr hoch. Ja, wir haben Giftstich gefunden. Nice. Oh, und jetzt haben wir ein gegnerisches Pokémon geweckt. Ein wildes Pokémon. Ein, oh mein Gott, ein Knospi. Knospi ist schon ein tolles Pokémon. Ja, was wir uns aber leider nicht unter den Nagel reißen dürfen. Wow, Maxi King ist schon level 21. Oh, Hyperzahn. Ne, warte mal. Wir haben Kopfnuss zur Auswahl. Engler, Wolzer und Teckel. Ja, ich denke, wir machen dann Teckel weg, weil Engler will ich noch lassen. Und Wolzer auch. Und die andere Attacke, Kopfnuss sowieso, weil Kopfnuss auch richtig gut ist. Bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Bäumen, kann man Kopfnuss einsetzen. Ja, ich weiß, ich habe gerade Cosmog gesagt. Ja, ich verspreche mich manchmal. Sorry, Leute. Okay, jetzt geht es aber mal wieder raus hier. Hey, hey, weißt du was? Ich will unbedingt gewinnen. Tja, da hast du wohl den falschen Trainer am Hals. Oh, Marissa. Schöner Name. Oh, ein Knospi. Wir haben gerade ein Knospi besiegt. Ja, ich denke, wir setzen gleich die neue Attacke ein. Und das ist in dem Fall Hyperzahn. Let's go. Boah, was für ein gewaltiger Biss, Alter. Hyperzahn kennen wir schon von Radfratz und Radikal. Das ist ein heftiger Angriff, Alter. Ja, ich denke, da war noch wer, der kämpfen wollte. Ah ja, genau hier. Du lebst dein Pokémon-Team, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Ja, natürlich liebe ich mein Maxi. Mein Maxi King. Ja, mein Pidiza. Boah, Peach and Ice. Ähm. Ja, machen wir nochmal Hyperzahn. Das war ein Angriff. Das war gesessen. Das hat mir echt gefallen jetzt, Alter. Mit Hyperzahn habe ich ja schon die Oberhand. Aber ich möchte jetzt mal Kofnuss wieder einsetzen. Kofnuss streckt auch zurück. Ist ein guter Angriff. Okay. Pikachu hat es auch nicht ausgehalten. Ja, Igramaro steigt weiter und weiter. Ja, das ist mir eigentlich scheißegal, Igramaro. Sorry. Aber hier geht es nicht um dich, sondern um Pidiza. Da lag ich wohl goldrichtig. Du liebst dein Pokémon-Team wirklich sehr. Allerdings. Ja, Leute. Hier werden wir wieder anhalten. Das war's mit der Challenge schon für heute. Morgen geht's weiter. Wie gesagt, die Challenge ist nur Samstag und Sonntag. Ja. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert meine Videos. Und abonniert meinen Kanal, Hannes Spielegalaxie. und folgt mir weiterhin für weitere Videos hier auf meinem Kanal. Ja. Ja, dann verabschiede ich mich wieder für heute, Leute. Das war's erstmal mit Pokémon Y Challenge mit nur einem Pidiza. Morgen geht's dann wieder weiter. Ciao.